in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr nach dem neuesten patch einen grabstein legen könnt als allererstes tut alle sachen die ihr in euren grabstein haben wollt in euren rucksack ich habe jetzt nicht so viel drin weil ich ingame noch sachen bekomme da ich jetzt gerade keinen großen rucksack habe und falls ihr die grabstein dose schon herstellen könnt dann würde ich euch empfehlen die einfach mitzunehmen weil das spart euch auch ein wenig zeit und falls ihr die nicht haben sollte dann könnt ihr euch einfach ingame das grabstein verkaufen und was ich euch auch noch empfehlen kann kauft euch noch einen zusätzlichen großen rucksack damit in der neuen runde dann den grabstein direkt komplett leer machen könnt ihr könnt euch natürlich auch geld droppen lassen und das mit eurem grabstein tun damit ihr auch jedes mal max money habt und an dieser stelle würde ich euch gerne bitten alle mal einen kuss in den kommentaren für mr hitman da zu lassen der mir die ganzen sachen gedroppt hat damit ich mir einen neuen grabstein anlegen kann wenn ihr dann euren grabstein habt und alle sachen die ihr haben wollt dann könnt ihr einfach auf trupp verlassen gehen wenn ihr solo spielt dann könnt ihr diesen schritt überspringen dann seid ihr schon solo und müsst keinen trupp verlassen und als nächstes müsst ihr euch umbringen wichtig dabei ist leute ihr dürft keine selbstwiederbelebung haben also wenn ihr eine ausgerüstet habt dann schmeißt sie weg und danach müsst ihr euch umbringen sobald ihr tot seid müsst ihr einmal komplett ausbluten ihr könnt auch auf aufgeben drücken und jetzt kommt dieser timer für den hilferuf hier müsst ihr einfach nur komplett warten bis der timer abgelaufen ist und wenn der timer dann abgelaufen ist dann steht da trupp eliminiert hier kommt der missionsfortschritt hier könnt ihr einmal auf überspringen klicken und jetzt müsst ihr warten bis die ganze ep hier zu ende geladen hat und am ende steht dann da oben spiel verlassen oben rechts da klickt ihr drauf und dann habt ihr euren grabstein gesetzt wenn ihr danach dann in eine neue runde reingeht dann seht ihr auf der karte dass euer grabstein da ist dann geht zu eurem grabstein und jetzt macht den komplett leer und an dieser stelle könnt ihr einfach jetzt alt f4 machen oder einfach die anwendung schließen also dashboarden und in der nächsten runde habt ihr euren grabstein wieder jedoch verliert ihr dann die ausrüstung vom operator sowie den großen rucksack und dreierplattenwesten als exfilz nehmt ihr wieder die story exfilz sowie beim glitch vorher ich persönlich nehme immer das portal von der akt 4 mission und falls ihr in der story nicht so weit seid ihr könnt einfach auf mission bearbeiten akt 4 drauf gehen und die mission aktivieren das timing zum dashboarden bei den konsolenspielern ist sobald die animation der teleportation beginnt so wie jetzt hier und für die ganzen pc spieler sobald euer bildschirm schwarz wird so wie jetzt wenn ihr das spiel dann erneut startet seht ihr habt die ganzen sachen im rucksack und ich kann hier jetzt einfach auf lagern drücken und er lagert die ganzen sachen in mein lager ich weiß nicht warum das bei mir jetzt gerade funktioniert das soll ja wohl gepatcht worden sein weil viele das nicht mehr machen können die können nichts mehr ins lager tun auch nicht gegen belohnungen gekaufte sachen eintauschen aber bei mir klappt das warum auch immer das war es dann auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreibt mir in die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst und immer auf dem neuesten stand bleiben willst kannst du jetzt gerne ein kostenlos abo da lassen und die glocke aktivieren damit du immer auf dem neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao